Du hast uns ins Labor. Gute Arbeit, Luigi. Du bist unversehrt zurückgekehrt. Nun sieh dir mal an... Nun sieh dir das hier mal an. Äh... An näher... An näheren 20 Jahre hat es gebraucht, gedauert, dieses Meisterwerk zu konstruieren. Mein Gott, was sind Leute los mit mir wieder? Ich bin unglaublich gut im Vorlesen, merkt er, ne? Ich bezeichne es als den Geister Was? Potrifizierer? Potrifizierer, ja. Diese Maschine ermöglicht es uns, die von dir gefangenen Geister in Gemälde umzuwandeln. Doch damit nicht genug. Es funktioniert auch in umgekehrter Richtung. Wie? Du möchtest wissen, wie das funktioniert? Nun, ganz einfach. Dazu musst du lediglich den Schreckweg 0815 an diese Buchse anschließen und danach heißt es zugeschaut und mitgestaunt, Kleiner. Okay, machen wir. Flomp. Ist ja schon wirklich Großbusters-mäßig. Ja, schnell war's gang. Ja, schnell war's gang. Sehr schön. Ach ja, der Humor ist schon nett. Okay, das ist so schön im Moment. Hm. Nun, wir haben es geschafft, die Geister wieder in Bilder zurück zu verwandeln. Vielen Dank für deine Unterstützung, Luigi. Bisher gefangen, Bereich 1. Raymond. Rolanda. Und Luis. Ja. Das macht summa summarum insgesamt 3 Geister. Hat er recht. Bisher gefunden 17 Münzen. Äh, irgendwelche Gollascheine 58. Und Goldbarren 1. Insgesamt macht das eine ganze Menge Zahlen. Und speichern bitte. Nein, ich entspernde die Speicherkarte. Entferne die Speicherkarte nicht. So. Wo soll's hin, Luigi? Na, wieder zur Villa. Ja. Ja. Da, 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 da. So. Sehr gut. Hätten wir das auch. Die Frage ist, wo geht's jetzt weiter eigentlich? Ich hatte jetzt diesen großen... Ah, warte mal, ich hatte auch diesen Schlüssel. Diesen, ähm... Ob ich dann hier da unten reinkomme? Sieht so aus. Da bin ich mal gespannt. Ich denke, die, äh... Kennen wir schon, die Sequenz. Im Dungeon über links heißt das. Ich muss mal gucken, wie weit geht's hier noch weiter. Hö! Oh je. Das ist ja riesig. Wow! Das war ja gar nichts. Ich bin mir trotzdem erschrocken. Mit der Axt. Noch mal Minz, bitte. Ach ja, komm, wo soll ich denn das wissen? Auf die Karte gucken oder was? Ha, 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 ha. Maul. Okay, gucken wir halt auf die Karte. Äh, glaub ich. So. Uh, ja. Ich wollte eigentlich ranzoomen. Kann ich nicht. Weiß nicht wie. Kalter Knopf. Okay, ähm... Ich könnte da hinten gerade durchgehen. Das sieht ja einladend aus hier. Und die geht's in den Keller. Ich will noch nicht in den Keller. Nee, Leute, in den Keller will ich noch nicht. Hoch. Falscher Knopf. Entschuldigung. Es dürfte alles abgeschlossen sein. Da geht's also runter. Dann gehen wir mal nach oben. Wow! So, gibt's hier denn irgendwo eine Tür, die noch nicht abgeschlossen ist? Alter! Ich will doch bloß zoomen. Äh, 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 äh. Ähm, da hinten. Äh, 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 äh. Rechts lang könnte was sein. Nein. Nein! Okay, okay, hier ist der nächste Bereich. Hier geht's dann also weiter, wenn ich das abgeschlossen habe. Also, es geht's noch ein paar Mal. Äh, 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 äh. Nö, äh, äh. Nö, äh, 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 äh. Ist das auch so? Nö. Alter. Nein. Lass es nur ab. Hm, okay. Offensichtlich nicht. Ähm. Tür auf hier. Sind noch alle abgeschlossen, oder? Das heißt doch, dass sie abgeschlossen sind. Oder irre ich mich? Hm. Muss ich wirklich in den Keller? Nein, ich Idiot. Lauf ich auch noch rein, ey. Lass ich doch in den Keller. Na gut. Erforschen wir mal dieses unglaublich einladende Haus. Whatever. Ja, ich weiß nicht. actually, immer wenn wir nichts ver compraren. Oh, ist sie doch eigentlich ja. Und auch nichts. Ich kann diesen Hebel nicht benutzen. Ah, warte ab. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Äh, wo ist er denn hin? Hä, muss doch hier irgendwo sein. Mario! Hm. Hm. Gerade etwas ratlos. Ich höre ja hier eindeutig diesen Geist. Ich hoffe eigentlich die ganze Zeit bloß, dass der mal... Hm. Hm. Das ist ja komisch. Hm. So, welche Tür ist denn hier? Ich klappe jetzt jede Tür hier einzeln ab. Die am Ende des Raumes. Genau. Oh. Alles abgeschlossen. Blöd. Gut. So, wir haben da noch eine. Am Ende rechts. Und dann rechts und links dort oben. hier. Auch abgeschlossen. Auch abgeschlossen. Mario! Auch abgeschlossen. So, wir haben da noch. Welche noch? Ähm. Am Ende rechts. Und dann, äh, auf der linken Seite die vier. Rechts waren wir schon. Also versuche ich es hier nochmal. Hm. Kurios. Vielleicht muss ich hier wirklich diesen... Wie? 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 Da krieg ich mir wieder eine SMS. Hey, da sieht es aus, als hättest du ein wenig Ärger gehabt. Vielleicht brauchst du etwas mehr Übung. Manche Geister versuchen, dich zu packen und festzuhalten. In diesem Fall solltest du Control Stick vor und zurück bewegen. Auf diese Weise schüttelst du sie ab. Tja, der jahrhundertealte Überlebenskampf, mein Junge. Verlier nicht die Mut, Luigi. Nein, niemals. Da oben, der Schlüssel. Ah. Wo ist der? Ja, im Gang rechts. Okay. Na, dann schauen wir doch mal da hinten im Gang rechts. Ah ja. Na, da war ich nicht schnell genug. Okay. Irgendwann rechts. Das müsste dann ja der hier sein. Genau. Ja, kennen wir alle schon? Oh je, oh je, oh je. Was zum... Aua. 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 Aua.